Was macht der Fuhrmann? He, He, Ola, He, da kam der Fuhrmann mit seinem großen Wagen an, der war mit Kisten voll gespickt, dass sich der Fährmann sehr erschreckt. He, Fuhrmann, He, 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 Ola, He, da sprach der Fuhrmann, ich frage euch nicht, gefadtes Mann, gebt ihr mir nicht aus jeder Kist ein Stück von dem, was drinnen ist. He, Fuhrmann, He, 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 Ola, He, ja, sprach der Fuhrmann, und als sie kamen drüben an, da öffnet er die Kist geschwind, da war nichts drin als lauter Wind. He, Fuhrmann, He, 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 Ola, He, schallt da der Fuhrmann. Oh nein, oh nein, er lacht hin und aus jeder Kist ein Stück rein mit, da fährt mein Schifflein sehr geschwind. He, Fuhrmann, He, 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 Ola, He. He, Fuhrmann, He, 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 He